Musik Musik Willkommen bei Abenteuer, Rad, Natur und Geschichte. An Allerheiligen im Jahre 1700 stirbt der spanische König Karl II. im Alter von 38 Jahren kinderlos, sodass der spanische Thron unbesetzt ist und es entstehen nun verschiedene Erbansprüche, und zwar einmal über die ältere Schwester von Karl II., die mit dem französischen Könighaus verheiratet ist. Auf der anderen Seite ist die jüngere Schwester von Karl II. mit dem habsburgischen Königshaus verheiratet, also mit den Österreichern. Und diese jüngere Schwester hat eine Tochter, eine einzige Tochter bekommen, die nun die ganzen Erbansprüche trägt, weil die Mutter verstorben ist. Und diese eine Tochter wird verheiratet mit dem bayerischen Königshaus mit dem Wittelsbachern, mit dem Kurfürst Max II. Emanuel. Und so haben wir verschiedene Herrschafts- und Erbansprüche auf den spanischen Thron, einmal von dem französischen Königshaus, auf der anderen Seite von dem österreichischen Königshaus und als drittes von den Bayern, dann gibt es noch als vierte Fraktion dieser Rollen, aber die spielen hier nicht so eine große Rolle. Das heißt, es entstehen nun verschiedene Allianzen, einmal mit, auf der anderen Seite die Franzosen, mit den Bayern, auf der anderen Seite die Alliierten unter Führung der Habsburger, alliiert mit den Briten und mit den Baden. Diese Armeen ziehen nun langsam aufeinander zu und verwickeln sich in verschiedene Schlachten überall in Europa, unter anderem auch in Donauwet in der Schlacht am Schellenberg vom 2. Juli 1704. Höchstädt liegt in Bayerisch-Schwaben, östlich von Ulm. Die verschiedenen Truppenverbände marschieren nun auf, alle Richtung Höchstädten. Da sind zum einen die französische Armee auf der einen Rheinseite unter dem Marschall Talat, die über den Rhein überqueren wollen, aber dort steht Prinz Eugen und hindert sie an diesem Übergang über den Rhein. Deswegen muss die französische Armee nach Süden ziehen, in der Nähe von Freiburg, um dann in Freiburg über das Gebirge rüber nach Bayern, um den Bayern unter Max Emanuel zu helfen. Denn in Bayern steht Max Emanuel mit seinen Truppen, muss verschiedene Städte verteidigen, zum Beispiel Ingolstadt, Augsburg, Ulm und weitere. Und in dem Land aber wird das Viertel verheert von dem britischen General Marlborough und Ludwig von Baden. Nun ziehen also die Franzosen dann über Freiburg die Donau entlang Richtung Augsburg. Weiter nördlich zieht parallel Prinz Eugen über das Gebirge, über den Schwarzwald Richtung Höchstädt und trifft dann in der Nähe von Donauwörth in Tapfheim westlich von Donauwörth den Marschall, den General Duke of Marlborough und den Ludwig von Baden, genau. Das heißt, die Truppen konzentrieren sich dort und treffen dort in Höchstädt, nördlich von Höchstädt am Nebelbach aufeinander. Und hier beginnt dann die Schlacht von Höchstädt. Der Nebelbach, ein kleiner Bach, der aus ein paar Bergen, nördlich der Donau, entspringend bei Lutzing ungefähr aus dem Schwäbischen All fließt und die Donau rein fließt, weil früher, vor ein paar hundert Jahren noch ein ziemlich sumpfiges Gebiet und nicht so schön kanalisiert wie heute. Wir stehen hier am Nebelbach, der die Schlachtlinie bildete, der Schlacht von Höchstädt, direkt vor dem Ort Glauheim, Ober Glauheim. Ich stehe jetzt hier an der Straße nach Lutzing und ich stehe hier an diesem Ort, wo vor einigen hundert Jahren die Schlacht von Höchstädt, in Englisch The Battle of Blenheim, stattgefunden hat. Und dazu wollen wir uns heute mal das Schlachtfeld angucken. Hinter mir ist ein Hof, der liegt im Nordwesten des Schlachtfeldes und der liegt auch auf der Nordseite des Flusses Nebel, beziehungsweise dem Nebelbach, der gleichzeitig die Frontlinie des Schlachtfeldes bildet. Und hier also im Nordosten des Nebelbaches die alliierten Truppen, im Südwesten die Franzosen, das heißt Oberöpterhof. Das war eine Art Kommandozentrum eines Teiles der alliierten Truppen unter dem General Duke of Marlborough. Hinter mir sieht man dann die Berge, einen Bergkamm, der nach Norden hin das Schlachtfeld begrenzt, mit ein paar Dörfern, die immerfalls von den Alliierten besetzt gewesen sind. Hinter mir dann die Straße nach Lutzing. Lutzing andererseits war von den Franzosen und Bayern besetzt. Diese Felder bildeten nun das Schlachtfeld im Norden, also die alliierten Truppen im Nordosten, im Südwesten die Franzosen. Das heißt, diese weite Ebene, nördlich der Donau, bildet ein gutes Terrain für das Schlachtfeld. Die Schlacht von Blindheim beginnt mit einem Angriff Marlboroughs auf Blindheim selbst. Talat zieht Truppen vom 2 Kilometer langen Frontabschnitt bis Oberglauheim ab und positioniert sie in Blindheim. Marlborough jedoch konzentriert nun seine Kräfte in der Mitte der Schlachtlinie. Am 13. August 1704 um 12.30 Uhr griffen die alliierten Truppen nördlich des Nebelbaches die Front bestehend aus Franzosen und Bayern an, die sich auf einer Linie von Lutzheim dort hinter mir über Glauheim bis Blindheim verschanzt haben. Hier fließt der Nebelbach Richtung Blindheim, das um diese Zeitung vom General Marlborough angegriffen wird und eingekesselt wird. Und dieser Nebelbach ist ungefähr 7 Kilometer lang. Das heißt, die Schlachtlinie ist auch ungefähr 7 Kilometer lang gewesen. Das heißt, eine sehr lange Schlachtlinie. General Marlborough ist ein Meister der kombinierten Taktik, die Kavalerie als Offensivkraft einzusetzen und die Infanterie als Defensivkraft. In verschiedenen Wellen greift die Kavalerie Talats Armee an. Dieser entgegnet mit seiner Kavalerie, die jedoch vor der alliierten Infanterie gestoppt wird. Prinz Eugen im Nordwesten startet vergeblich eine Attacke auf die Truppen von Max Emanuel. Am 13. August 1704 um 14.30 Uhr stehen wir nördlich des Nebelbaches zwischen Schwenningen und Oberglauheim. Dort, wo sich die alliierten Truppen versammelt haben und hart gegen die Franzosen kämpfen. Bei ein paar Attacke um Lutzingen, welches in die Richtung liegt, Richtung Nordwesten, haben die Alliierten angegriffen. Daraufhin haben die Franzosen Bayern hier um Glauheim, westlich und östlich von Glauheim, ein paar Konterattacken geschlagen. Die sind vorgedrungen bis zum Nebelbach und setzen hier den alliierten Streitkräften stark zu. Hier stehen wir quasi direkt in der Mitte der Schlachtlinie und genau in der Mitte droht ein Durchbruch der Franzosen. Was bedeutet, dass wenn das gelängen würde, wäre die Schlachtlinie der Alliierten zerstört und die Schlacht für die Alliierten verloren. Die Alliierten unter Marlborough und Prinz Eugen, vor allen Dingen stationiert dort oben in Schwenningen und weiter die Berge hoch in der Nähe von Lutzingen. Dort werden auch noch zahlreiche Attacken gestartet. Doch der Kernpunkt der Schlacht befindet sich hier am Nebelbach bei Oberglauheim. Die rechte Flanke von Marlboroughs Kavallerie liegt nun direkt neben Oberglauheim und nimmt heftigen Flankenbeschuss. Mazins Kavallerie holt zum Gegenschlag aus und gelangt bis zum zweiten Infanterietreffen der Alliierten. Auch die Alliierten Angriffe auf Oberglauheim und auf Max Emanuel waren vergebens. Doch Marlborough verhindert das Zerbrechen seiner Reihen durch das Vorrücken seiner Infanterie. Die Schlacht von Hölstedt, was bisher geschah. Nördlich des Nebelwaches stehen die Alliierten, südlich davon hier in Oberglauheim. Auf dem Goldberg stehen die Franzosen und die Bayern. Die beide Treffen aufeinander. Bisher läuft es für die Franzosen noch recht gut. Denn sie können die Alliierten Angriffe zurückwerfen. Sie können sogar eine Gegenattacke starten. Die Attacken von Prinz Eugen im Norden auf Lutzingen schlagen viel. Und hier östlich und westlich von Oberglauheim starten die Franzosen eine Gegenattacke, die sehr hart ist. Ihre Kavallerie reitet über den Nebelbach und trifft auf die Alliierte Infanterie, die sie aber, die französische Kavallerie, zurückschlagen kann. Es gibt einen zweiten Angriff auf Unterglauheim, der allerdings auch zurückgeschlagen wird. Bisher sieht es also recht gut aus für die Franzosen. Denn die alliierte Schlachtlinie unter dem Kommandant General Churchill, Duke of Marlborough, droht zu zerbrechen. Dieses sieht der General kommen und startet eine Attacke über den Nebelbach direkt vor mir. Seine Infanterietruppen schreiten über den Nebelbach, hier den Goldberg hinauf und attackieren die Linien der Franzosen. In einer Gegenbewegung starten die Franzosen ihre Kavallerie, die die Infanterie weder weit zurückwirft oder über den Nebelbach und erst vor der zweiten Reihe der alliierten Infanterie zum Stehen kommt und wieder zurückweicht, da die französische Kavallerie sehr erschöpft ist. Nun werden die Reihen der Franzosen aufgefüllt mit frisch rekrutierten Soldaten, die noch nicht sehr viel Erfahrung haben. Die Reihen dünnen sich also sehr aus. Dies weiß General Marlborough zu nutzen und in einem Gegenschlag legt er seine ganzen Kräfte hier an diese Stelle und seine Truppen marschieren aus dem Sumpf am Nebelbach hier den Goldberg hinauf, sichern das andere Ufer, sodass auch Kanonen rübergezogen werden und sie die Stellung hier südlich des Nebelbaches ausbauen können. Nun ist bei den französischen Generälen Talat und Massin, der hier in Oberglauben stationiert ist, großes Entsetzen. Talat sah den alliierten Angriff kommen, doch seine Kavallerie konnte nicht viel ausrichten. Die ausgedünnten Infanterie-Reihen waren gerade in der Lage, die alliierte Kavallerie aufzuhalten. Doch unter dem Druck sich verstärkender alliierter Truppen zerbrach dann die französische Linie zwischen Oberglauheim und Lindheim. 13. August 1704, 16 Uhr, Oberglauheim. Hier auf dem Goldberg sieht der französische General Massin, dass seine Linien nicht mehr standhalten, dem Druck der alliierten Schlachtlinien, die hier immer weiter von Norden hervorrücken, und sieht, dass seine Reihen brechen. Die alliierten Truppen unter General Churchill, Duke of Marlborough, brechen durch. Die Franzosen können ihre Linie nicht mehr halten und immer mehr Franzosen fangen an, die Linien fast zu verlassen und sich in die Dörfer zurückzuziehen. Unter dem Druck der massiven alliierten Kavallerie-Attracken zerbricht die französische Linie. Für eine Evakuierung der Infanterie aus Blindheim ist es zu spät. Sie werden eingekesselt. Der Rest zieht sich nach Höchstedt zurück. So, wir stehen jetzt hier nördlich von Blindheim, dort wo die Schlacht von Blindheim auch gernet hat. Hier ganz in der Nähe von mir, ich drehe mich mal, durchflügt die Bundesstraße das Schlachtfeld. Wie ist das alles nun ausgegangen? In Lutzingen hat der Weiher Max Emanuel die kaiserliche Kavallerie unter Prinz Eugen tapfer zurückgeschlagen. Durch den Durchbruch von den Alliierten bei Oberglauheim ist es so, dass nun Max Emanuel in Lutzingen eine offene Flanke hat. Und Max Emanuel sich mit General Massa in Oberglauheim zurückziehen muss, da, wie gesagt, die Flanke offen ist. Da es einen Durchbruch gibt, die Armee von General Talat, die den Goldberg bewacht haben zwischen Oberglauheim und Blindheim, ist zertrümmert und zerschlagen. Es ist quasi oben bei mir in der Gruppe von der Armee, von diesem Teil der Armee existiert nichts mehr. Dort fliehen die Franzosen unter Fontalat bis nach Röstedt. Bis nach Röstedt werden sie auch noch von Churchill und seinen Soldaten weiterverfolgt. Nur das einzigste Dorf, was hier noch Widerstand leistet, ist Blindheim. In Blindheim haben sich 11.000 Franzosen verschanzt. Blindheim ist eigentlich sehr klein, das heißt, das Dorf ist poppenvoll mit französischen Soldaten. Und Blindheim ist nun eingeschlossen von der Kavallerie und den Truppen von Kommandeur Katz, der alliierten Streitkräfte. Und dieser öffnet Artilleriefeuer auf das Dorf, sodass sich auch dort die Franzosen sehr schnell ergeben müssen. Und damit ist die Schlacht von Blindheim zu Ende. Die Battle of Blenheim Und das Dorf, was sie, besides the Rivulet, in playing, there had found. He came to ask what he had found, that was so large and smooth and round. So Kasper took it from the boy, who stood expectant by, and then the old man shook his head, and with a natural sight. Tis some poor fellow Skull, he said, who fell in the great victory. I find them in the garden, for there many hereabout, and often when I go to plow, the plowshare turns them out. For many thousand men, he said, were slain in that great victory. Now he tells us, what it was all about, young Peterkin, he cries. And little Wilhelmine looks up, with wonder-waiting eyes, now tell us all about the war, and what they fought each other for. It was the English, Kasper cried, who put the French to root. But what they fought each other for, I could not well make out. But everybody said, he quote, that was a famous victory. My father lived at Blenheim then, your little stream hard by. They burned his dwelling to the ground, and he was forced to fly. So with his wife and child he fled, nor had he where to rest his head. With fire and sword the country round was wasted far and wide, and many children, mother then, and newborn babies died. But everything like that you know must be at every famous victory. They say it was a shocking sight, after the field was won, for many thousand bodies here lay rotting in the sun. But things like that you know must be at every famous victory. Great praise, the duke of Marlborough won, and our good prince Eugene. Why, it was a very wicked thing, said little Wilhelmine. Nay, nay, my little girl, he quotes, it was a famous victory. And everybody praised the duke, who this great fight did win. But what good came out of this at last? Quote little Peter Quinn. Why, that I cannot tell, said he, but it was a famous victory. Why, women, too. Where? How, now, last if we get off to doing this? Need to tell, let me speak to you. How, now, do you?